Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren iPhone Review. Davon habt ihr wahrscheinlich noch gar nichts gesehen in den letzten Wochen und um den Olymp der Langeweile nicht zu erklimmen, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal ein etwas anderes Format, um nicht eure und meine Zeit zu stehlen. Ich habe das iPhone 14, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max für euch getestet und spreche mit euch heute hier über sechs Gründe, die dafür sprechen und drei, die dagegen sind. Und vielleicht schaffe ich das ja sogar in unter 14 Minuten. Der erste Grund, der dafür spricht, ist die sogenannte Dynamic Island. Apple führte vor fünf Jahren Face ID ein und damit auch eine Aussparung im Bildschirm, in die die Frontkamera und die Face ID Sensoren eingebaut sind. Wir nannten sie liebevoll Notch. Apple hat sie gar nicht benannt und hat auch die ganze Zeit so getan, als wenn das eigentlich gar nicht so wirklich existiert. Das kam nicht so gut an. Es gab viele Diskussionen und fünf Jahre später begeistert Apple uns mit einer neuen Idee, die diese Aussparung absolut in euren Fokus rückt, nämlich in Form einer Pille, die in das Display an tieferer Stelle eingestanzt ist. Warum soll man das toll finden? Nun, Apple hat das Ganze mit einer dynamischen Anzeige verknüpft. Die können von Systemmeldungen genutzt werden, aber genauso von Entwicklern, nämlich ab iOS 16.1. Wahrscheinlich werden wir die sogenannten Live Activities sehen, die davon Gebrauch machen. Und das sieht einfach nur ziemlich gut aus, die ganze Geschichte. Notifikationen wie zum Beispiel bei einer Anrufsignalisierung, wenn ich ein Ladekabel anschließe oder wenn AirDrop gemacht wird, die alle irgendwo anders verteilt waren bislang, sind jetzt an einer zentralen Stelle. Und das ist einfach eine sehr raffinierte Idee, die dem iPhone ein ganz neues Gesicht gibt. Und das, denke ich, wird in den nächsten Jahren auch noch eine Basis sein für mehr. Eine weitere neuartige Erfahrung war für mich das Always-On-Display. Ich muss zugeben, in den ersten Tagen habe ich gedacht, Moment mal, der Bildschirm ist ja noch eingeschaltet. Ich habe vergessen, das Ganze in Standby zu rücken. Aber nein, es ist der Standby. Und der ist so hell, dass man denken könnte, dass es sogar die Displayhelligkeit des ersten iPhones übertrifft. Das Always-On-Display war von Anfang an in der Kritik, weil die Leute gesagt haben, Moment mal, wofür soll das denn tatsächlich gut sein? Ich muss sagen, für den dezenten Blick auf das iPhone, um zum Beispiel nach der Uhrzeit zu gucken oder nach Notifikationen, ist es super. Auch viel dezenter, als wenn ihr eure Apple Watch zurückt und drauf guckt und Moment mal, ist denn dieses Meeting endlich vorbei signalisiert? Genau das passiert euch mit dem Always-On-Display nicht. Aber reden wir nicht um den heißen Brei. Es sieht natürlich vor allem auch nur schön aus. Und dieses schöne Aussehen ist ja durchaus ein Wert. Ich meine, warum kaufen wir iPhones? Klar, wegen der Funktionalitäten, wegen des Ecosystems, aber letzten Endes auch, weil wir Ästhetik mögen. Die besseren Kameras sind ein Punkt, von dem ich dachte, dass er mich von Anfang an mehr begeistert. Wir haben den 42 Megapixel Sensor in der Hauptkamera, der gleichzeitig auch ermöglicht, dass ihr jetzt wieder eine Zoom-Zwischenstufe von zweifach habt. Also nicht nur einfach und dreifach, sondern eben auch dazwischen. Das schneidet das iPhone aus diesem 42 Megapixel Bild raus. Aber ihr habt trotzdem weiterhin 12 Megapixel Bilder im Ergebnis. Dafür sorgt die Photonic Engine, die ihr aus 4 Pixel einen macht, den dafür aber besser. Das soll für bessere Bilder in schlechten Lichtsituationen sorgen, ist aber im Ergebnis erstmal ziemlich unspektakulär und sorgt nicht dafür, dass ihr jetzt total revolutionäre Bilder habt. Woran liegt das? Weil die Vorjahreskameras von den iPhones auch schon extrem gut waren. Insofern, die Kameras sind besser, aber sie sind für mich nicht das absolute Top-Feature. Wobei abwarten, häufig ist es eben so, dass über die nächsten Wochen und Monate sich herauskristallisiert, dass man damit Sachen machen kann, von denen man vorher gar nicht dachte, dass man sie anstellen kann. Das nächste Feature, das für die neuen iPhones spricht, möchte man eigentlich gar nicht in Aktion erleben. Wir reden von der Unfallerkennung. Die Unfallerkennung nutzt Sensoren wie zum Beispiel das Barometer, das Mikrofon und GPS, um herauszufinden, ob ihr einen Unfall verwickelt seid. Dann wird ein Countdown angezeigt und die Frage, ob es euch gut geht. Wenn es euch nicht gut geht und ihr nicht darauf reagiert, wird automatisch der Notruf alarmiert. Eine super Sache, wie ich finde, die ich natürlich verständlicherweise nicht ausprobiert habe. Aber es gibt genug, die das mittlerweile schon ausprobiert haben und die vor allem auch geguckt haben, ob es nicht zu Fehlerkennungen kommt. Denn die sind mindestens genauso schlimm, wie wenn die Funktion nicht im richtigen Fall auslöst. Also ein super Sicherheitsfeature, das unter der Rubrik Lebensversicherung abgespeichert werden kann. Kommen wir nochmal auf das Thema Ästhetik zurück. Wir haben vorhin über das Always-on Display gesprochen, aber die Farbe ist ja eben auch so ein Punkt, den man vielleicht nicht als Hauptpunkt für den Kauf des iPhones heranzieht, der aber durchaus dafür spricht. Und das ist in diesem Fall die Saisonfarbe beim Pro Max oder auch beim Pro dunkelviolett. Ein wirklich sehr schöner Farbton, der sich einreiht in die Saisonfarben, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also wären grün, blau, natürlich von Apple mit fantasievollen Namen bedacht, aber auf jeden Fall sehr schick und mit dem Metallic Finish eben auch so, dass ihr je nach Lichtsituation und Tageszeit auch ganz andere Impressionen davon bekommt, wie es aussieht. Der Sommer ist jetzt zwar vorbei, aber der nächste kommt garantiert und dann werdet ihr euch darüber freuen, dass euer iPhone Display zumindest bei den Pro Geräten heller geworden ist. Die Nitzzahlen besagen ja relativ wenig, es ist aber schon ziemlich krass, wie hell dieser Bildschirm mittlerweile sein kann. Ihr könnt das gut ausprobieren, indem ihr im Kontrollzentrum einfach mal auf Maximum geht. Und wenn ihr dann in einem dunklen Raum seid, dann braucht ihr schon fast eine Sonnenbrille. Also das ist wirklich super, denn gerade bei heller Sonneneinstrahlung und bei den Pro Geräten mit Blick auf die Fotografie und das Filmen ist es natürlich unerlässlich, dass ihr sehen könnt, was ihr da eigentlich treibt. Und das hat Apple nochmal deutlich verbessert. Sprechen wir über das, was gegen das iPhone oder die iPhones dieses Jahres 2022 spricht. Als er wäre an Punkt 1, USB-C, das fehlt. Ja, leider Gottes, Apple hat ein weiteres Mal auf den Lightning-Anschluss gesetzt, der ziemlich in die Jahre gekommen ist und der ja auch bei anderen Geräten wie zum Beispiel dem iPad ja längst in Rente geschickt wurde. Beim iPhone vermissen wir es schmerzlich, weil wir immer noch gucken müssen, dass wir ein Lightning-Kabel bei uns führen, das immer noch hin am anderen Ende USB-C hat. Aber trotzdem, wir wollen USB-C für Einfachheit. Der nächste Punkt ist bei mir eng verknüpft mit dem Fotografieren von Leuchttürmen. Leuchttürme sind auf dem Wasser und sind häufig weit weg. Und ich möchte gerne Leuchttürme in großer Größe zeigen. Dafür möchte ich kein Boot haben, sondern einen besseren Zoom. Und den gibt es auch in der iPhone 14 Generation leider nicht. Wir kommen nicht über dreifach hinaus. Fünffach wäre toll, zehnfach wäre spitze. Aber Apple hat da leider nichts gemacht. Ein Funken Hoffnung bleibt. Der 48 Megapixel Sensor der Hauptkamera ist vielleicht auch eine Grundlage, auf der sich aufbauen lässt in den kommenden Jahren, um dann mit der entsprechenden Technik, vielleicht mit einem Periskop, einen entsprechenden Zoom in das Gerät einzubauen. Der dritte Punkt klingt wahrscheinlich etwas komisch, denn der Kontrapunkt ist das iPhone 14. Das iPhone 14 ist in diesem Jahr teurer geworden, fällt aber weiter zurück gegenüber den Pro-Modellen. Ja klar, es hat eine bessere Kamera bekommen. Die Hauptkamera ist angelehnt an das, was wir beim iPhone 13 Pro vorgefunden haben. Und reden wir nicht drum herum, das iPhone ist ja nach wie vor auch in der Standardausstattung ein Spitzengerät. Wenn ich mir angucke, was andere Hersteller teilweise für Kameras, zum Beispiel so Smartphones herausgeben, ist es dort eine Katastrophe. Bei Apple nicht. Dennoch ist es so, dass wir uns natürlich mehr erhofft hätten, wie es vorangeht mit dem iPhone auch im Standardmodell. Und ich bin da noch nicht so ganz pessimistisch, denn mal abwarten, was Apple da jetzt plant, ob das jetzt zum Standard wird, dass es weiter auseinander geht. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel nur den A15 drin, statt den neuen A16 Chip, was aber nicht weiter schlimm ist, weil die Chips sowieso total schnell sind. Gleichwohl gibt es andere Punkte und das fängt beim Aussehen an, wo zum Beispiel die Dynamic Island jetzt nicht drin ist, wo man einfach sagen muss, das iPhone 14 ist nur für diejenigen interessant, die ein älteres Modell haben. Also frühestens würde ich sagen iPhone 12 oder älter. Dann ist es eine Überlegung wert, dass man dieses Upgrade mitmacht. Vom Vorjahresmodell, vom iPhone 13 lohnt es sich so ziemlich gar nicht. Und damit sind wir beim Fazit dieses Schnelldurchlauf iPhone Reviews. Nun ist es so, ich möchte einfach nicht mehr ohne Always On Display und die Dynamic Island sein. Das sage ich unumwunden und das ist ja eigentlich genau das Gefühl, was man haben möchte, wenn man sich ein neues iPhone kauft. Man möchte nicht das Gefühl haben, dass man zurück möchte und dann hat man etwas Richtiges getan. Leider stellt sich dieses Gefühl in diesem Jahr nur beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max so wirklich ein. Warum das so ist, habe ich euch gerade gesagt am Beispiel des iPhone 14. Die Preise sind natürlich der Elephant ins Ruhm. Apple hat aufgrund der Wechselkursschwankungen die Preise erhöht und auch das Standardmodell ist teurer geworden, aber auch die Pro-Modelle. Ihr müsst viel tiefer in die Tasche greifen, was natürlich dann eure Kaufentscheidung beeinflusst. Aber letzten Endes Preisgestaltung, das reguliert der Markt. Wenn die Nachfrage sinkt, wird Apple auch seine Preisgestaltung überdenken. Wechselkurse hin, Wechselkurse her. So gesehen steht es mir eigentlich nicht mir an, großartig eine Preisdiskussion hier zu führen. Das habt ihr unter Kontrolle. Sprechen wir nochmal über das Standardmodell. Müssen wir uns dann tatsächlich Sorgen machen? Ich würde sagen, abwarten. Apple hat in diesem Jahr ganz klar das Pro-Modell in den Fokus genommen. Aber das heißt ja nicht, dass das Standardmodell körperlich abfällt. Darüber werden die Verkaufszahlen entscheiden. Und wir haben ja auch noch das Plusmodell, das größere 6,7 Zoll Display beim Standard iPhone, was ja einen Wunsch erfüllt, den viele hatten. Nämlich bezahlbarer, einen größeren Bildschirm beim iPhone zu bekommen und das Ganze garniert noch mit einer deutlich längeren Akkulaufzeit. Das ist der Nachfolger des Minis, das ja auch schon einen oft gehörten Wunsch erfüllen sollte. Aber augenscheinlich ja nicht so ein Publikumsliebling geworden ist. Vor dem Hintergrund müssen wir mal gucken, wie die weitere Strategie bei den Standardmodellen aussieht. Ja und wenn euch das alles zu schnell und nicht fundiert genug war, dann schaut doch mal auf Apfelfunk.com. Dort gibt es nämlich auch ein geschriebenes Review, wo ich viel mehr auf Einzelheiten eingehe und viel ausführlicher euch berichte über meine Testerfahrung mit der neuen iPhone-Reihe des Jahres 2022. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne ein Like, schreibt drunter, wie ihr zu den iPhones in diesem Jahr steht. Ich danke wie immer für eure Kommentare und wenn ihr diesen Kanal weiterverfolgen wollt, ein Abo abschließen, denn dann verpasst ihr hier nichts mehr und es gibt natürlich auch in Zukunft noch viele weitere interessante Videos. Danke für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Tschüss. Uni. Sj. Gärmen. Tja. Tschüss. Musik. Tja. 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 Vielen Dank.